Ich lerne Deutsch. Ein Wort. Sechs Sätze. Attraktiv. 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 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Attraktiv ist ein Adjektiv, das etwas beschreibt, das ansprechend oder anziehend ist. Attraktiv ist ein Adjektiv, das etwas beschreibt, das ansprechend oder anziehend ist. Attraktiv ist ein Adjektiv, das etwas beschreibt, das ansprechend oder anziehend ist. Die Schauspielerin zieht das Publikum durch ihre attraktive Ausstrahlung in ihren Bann. Die Schauspielerin zieht das Publikum durch ihre attraktive Ausstrahlung in ihren Bann. Der Ferienort beeindruckt durch seine natürliche Schönheit und seine kulturelle Attraktivität. Der Ferienort beeindruckt durch seine natürliche Schönheit und seine kulturelle Attraktivität. Viele Menschen glauben, dass Selbstvertrauen die Attraktivität einer Person steigern kann. Viele Menschen glauben, dass Selbstvertrauen die Attraktivität einer Person steigern kann. Attraktivität und Wohlbefinden können durch einen gesunden Lebensstil gesteigert werden. Attraktivität und Wohlbefinden können durch einen gesunden Lebensstil gesteigert werden. Attraktivität und Wohlbefinden können durch einen gesunden Lebensstil gesteigert werden. Die Stadt investiert, um den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und attraktiver zu machen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Nach 실� 다음 YouTube! Abonniert vomôtriuren Untertitelung des ZDF, 2020